Ja hallo zusammen, da bin ich wieder mit einer weiteren Folge Grim Dawn und ich habe auch mal in die Quests geguckt. Sichere die Black Iron Dogs. Ich hätte fast vermutet, Dogs sind hier zu finden. Wäre natürlich auch möglich, dass sie hier zu finden sind irgendwo. Man weiß es nicht. Ich gehe jetzt nochmal hier zurück. Ich wüsste sonst nicht, wo ich die denn finden soll, ehrlich gesagt. Ähm, also von daher, ja, keine Ahnung. Das ist noch eine Quest und dann sollen wir, wir gehen. Wir wollen ja auch noch heute, oder ich will heute auch noch meinen Erfolg erreichen. Ihr mich auch Arschlöcker. Alter, was geht hier heute ab? Was ist denn hier heute los? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Heute ist so ein Tag, wo alles nicht klappt. Also soviel zu dem Thema, wir möchten heute Erfolg haben. Äh, Kronhügel. Das ist ja sehr, sehr, sehr strange. Muss ich ja mal so sagen. Also heute, das einzige, was heute klappt, sind die Türen offensichtlich. Ach, der war ein Heldenmonster dabei, siehst du wohl. Alter, was ist denn hier zum Teufel nochmal los? Meine Güte nochmal. So, du darfst jetzt auch noch, ich sagte, du darfst auch noch sterben. Meine Presse. Ach, das war auch ein Heldenmonster. Muss einem ja gesagt werden. Bisschen frustrierend, das Ganze heute. Ah, es gibt so frustrierende Tage. So, eigentlich sterben mal wieder andere und nicht Bier. Hallo Freunde. Schweinebacken. Alles böse, böse Schweinebacken. Ernsthaft. Ihr könnt euch mal verpissen. So, irgendwelchen Scheiß aufgenommen, wie immer. Das kenne ich ja schon nicht anders. Wenn ich nur wüsste, wo diese Docks sind, die ich ja sichern soll, wäre ich ja eine ganze Ecke schlauer. Docks sind aus meiner Sicht grundsätzlich einem Hafen zu fest. Schweine. Alle Schweine. Schnüff. Heute sei ich ein bisschen deprimierend. Ach, hör auf mit dem Scheiß. Ich sehe schon wieder, dass ich kaum noch Haltstränke habe. Das ist auch dem zu verdanken, dass ich unbedingt das versuchen musste eben. Da muss ich auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit, nicht mehr heute, aber mache jetzt noch diese Folge hier und dann noch eine, da habe ich die nächste Woche Füll. Und dann werde ich auch heute auffüllen mit aufnehmen. Ich werde noch ein bisschen für mich zocken. Heute Abend wird ja nochmal gestreamt, Final Fantasy. Da kommen wir auch so peu a peu gerne Ende. Wer bist du? Ja, komm, nu, fall um. Kann ja wohl nicht angehen. Die letzten Folgen waren insgesamt ja wirklich alles andere als erfolgreich, muss ich ja gestehen. Schnauze. Sonst gibt es auch den Maul. Aber die Frage ist, wie, wo soll ich die denn hier sichern? Ach. Du willst nerven, ja? Freundchen. Weiß nicht, wie ich die hier sichern soll. Das ist so ein kleines Rätselchen für mich, weil hier geht es nicht weiter. Und da hinten war dieser Ad... Ach, komm. So. Können wir das mal lassen hier, bitte? Aha. Wo wollt ihr hin? Aber damit ist jetzt auch noch nicht gesichert, oder? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Äh. Mal eben kurz... Nö. Wo sind denn hier diese Black Iron Dogs, ey? Könntet ihr mal aufhören? Ah, da hinten ist ein Boss. So, der Boss ist Geschichte. Nee, da ist ja noch einer Schweinebacke. Okay. Legen ihre Brustrüstung. Durchschaußschaden, Kälteschaden, Frostbrandschaden. Hm. Wir haben allerdings keinen Platz mehr, um noch irgendwas aufzunehmen. Das könnte sich eher zu einem Problem da entwickeln. Hier kommt so ein blödes Schild, kann wandern. Lebensessenz zu Papa. Hallöchen. Alter, was ist denn hier los? Wieso habe ich aber mal so wenig Energie? Oder Lebensenergie? Kann ja nicht angehen hier. Alter Schwede. Kann ich mal eben weg, bitte? Mist, heilen. Mist, heilen. So, dann haben wir das auch. Die Essensration nehme ich gerne mit. Da komme ich wieder nicht durch, so einfach. Da ist Sternchen, da wollen wir mal hin. Ich sehe gerade überhaupt nicht, wo meine Maus ist, Freunde. Was wiederum bedeutet, ich kann auch keinen Gegner anvisieren. Ich hatte jetzt übrigens heute... Ah, nein. Alter, leck mich doch fett. Ey, leck mich fett. Was geht heute? Ich sollte aufhören, aufzunehmen heute. Echt jetzt? Das ist alles so dämlich. Mir platzt gerade ein bisschen der Arsch. Nein, da wollte ich gar nicht hin, wo ich jetzt hin bin. Ähm, was ich sagen wollte. Ich habe, äh, jetzt gelesen... Ah, stop. Z. So. Ich hatte nachgelesen, oder vor kurzem Artikel gelesen, wie es jetzt um Grim Dawn 2 bestellt ist. Ähm, die Macher, Crate Entertainment, haben ganz klar gesagt, sie arbeiten. Alter, willst du mir auf den Sack gehen? Nein, ich habe eh gerade schlechte Laune. Boah, ich hack das ja wohl, ne? Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, darüber, wie es mit Grim Dawn 2 aussieht. Und offengestanden nicht zu gut erst einmal, weil die Macher, Crate Entertainment, sinkt gerade an einem anderen Spiel dran. Mehr haben sie dazu erstmal nicht verraten. Deshalb darf man da gespannt sein, was da auf uns zukommt. Moment mal. Sie haben es jetzt definitiv nicht kategorisch ausgeschlossen, sie haben aber gesagt, noch aktuell arbeiten sie an einem anderen Spiel. Von daher sind die Chancen aktuell sehr niedrig, dass in absehbarer Zeit, und absehbar heißt hier wirklich längere Zeit, ein zweiter Teil kommen wird, was ich persönlich als recht schade empfinde. Also ein Grim Dawn 2 hätte ich schon ziemlich cool gefunden, aber es wird nicht so schnell kommen. Schade, schade, schade. Wobei es sind ja Lüche. Alter, euch geht das doch echt zu gut hier, ne? Können wir jetzt mal den Scheiß hier wegmachen? So, was ist da hinten eigentlich los? So. Lebens-Essensrationen? Willst du nicht freiwillig aufnehmen, dann zwinge ich dich. Das Ding können wir auch mal im Weg machen hier. So, wo ist denn jetzt? Da ist irgendwo. Irgendwo hier. Das ist, ne, hier ist nix. Habt ihr gesehen, vor ein paar Gegnern. So. Ach, hier muss das irgendwie sein. Oder da unten möglicherweise. Komme ich hier irgendwie da raus, runter, wie auch immer. Ja, komm ich. Wenn ich mich mit den paar Freunden hier auseinandergesetzt habe. So, Freunde. So, das war das. Hier können wir nix weitermachen. So, ihr Lieben, dann beende ich jetzt diese Folge. War jetzt auch nicht so erfolgreich. Ich hoffe mal, dass die nächste besser wird. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal bei Grim Dawn. Tschüss. 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 Tschüss.